moin moin meine lieben gaming freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen let's play hier auf meinem kanal schön dass ihr dabei seid wir machen weiter mit down in bermuda ja wir machen jetzt mit der waldinsel weiter wir haben ja im vorigen video die geheim basis fertig gemacht da haben wir soweit alles erledigt außer eins da kommen wir nicht ran da brauchen wir ja einen farbigen schlüssel also grün und hier auf der schildkröteninsel brauchen wir einen blauen schlüssel und ich glaube wir haben nur ein gelben genau wir haben nur einen gelben schlüssel also müssen wir später auf jeden fall noch mal wieder wieder zurück jetzt habe ich ausgemacht auch nicht schlecht müssen auf jeden fall wieder zurück dann gehen wir erst mal auf die waldinsel und schauen uns da mal die ganzen rätsel an da sind auch schon obersten hier oben drin was ist hier los hilfe hilfe sieht aus wie wie eine raupe die da feststeckt in so einem kokon kann man da irgendwie ran über die hand tippen oh ein arm raus zweiter arm raus und ganz raus hey wer bist du denn okay was macht sie ja näher jetzt zeigt sie immer nach oben ist da oben irgendwas will sie auf die schaukel oder wie ist ein schaukel hier anscheinend ach so da sind noch mehr ah jetzt sehe ich das okay ja gut die befreien wir natürlich auch eins zwei drei raus mit dir ja da freut sie sich schon ne ja okay gut dann holen wir befreien wir den hier auch noch eins zwei drei so das waren alle ne ja wow vielen dank fremde du hast uns gerettet willkommen auf der waldinsel normalerweise geht es hier sehr friedlich zu bis plötzlich diese fürchterliche kreatur aufgetaucht ist pass auf dich auf oh und hier ist eine kugel die dir später helfen wird hihi und schwuppsdiwupps sind sie wieder weg naja die schenken wir uns erstmal eine große leuchtkugel fünf stück brauchen wir na dann so dann gucken wir uns mal ein bisschen um also wir sind hier unten öffnen einfach mal hier das was alles aufzumachen geht und gucken mal rein will sich nicht paar kugelchen verstecken ja auch noch einmal ich wollte gerade sagen ist hier nichts drin oder was so hier noch aber hier ist nichts drin hier müssen wir einmal komplett rumdrehen also die steuerung ist echt noch gewöhnungsbedürftig ein bisschen weil man hier mit den joysticks arbeiten muss und mit dem steuerkreuz oh hallo da du hast mich erschreckt keine ente joa hak was war das denn eben ok können wir was machen mit dir hier ja tschüss das war ja merkwürdig jetzt kommt sie nochmal raus watschel 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 einmal den Boden hauen park oder ist die irgendwas da ist aber nichts ist das eine Fliegerente hat die da so ein Tatsache die hat da doch so einen Helm auf mit Brille oder was ja geil eine Fliegerente ok ich bin froh dass du hier bist der Strom auf der Waldinsel ist ausgefallen kannst du mir vielleicht helfen ihn wieder in Gang zu kriegen ich glaube dieser Hebel bewirkt etwas oh der Strom ist aus ich helfe dir gern ok da sind jeweils vier Schalter dran die machen wir mal rein oh so hier noch oh das müssen wir rausziehen und es öffnen sich wiederum weitere Schalter eins zwei drei vier und jetzt gibt es Strom hier ist auch noch was rausgekommen das ziehen wir auch einmal raus ah ja rausziehen genau auch ist der Schalter drin Strom ist drauf hä geht aber weg wieso geht der Strom wieder weg die drücken wir auch nochmal rein der bleibt aber nicht ach doch rausziehen hier ist jetzt irgendwie so eine so eine Glühbirne ne ist da rausgekommen die müsste jetzt doch angehen oder was schauen wir mal zack tut sich nichts ach hier ist noch was drin ok hört sich ja gefährlich an so ganz schnell drücken jawoll immer weiter hier ist noch eine ok das reicht wohl noch nicht ok ok viereckkreis hier fährt auch nochmal was hoch Deckel auf ah da müssen wir die Farben ok einmal sind hier Farben dran und dann haben wir hier Playstation Symbole Kreuz Dreieck Viereck Kreis Kreuz Kreuz Dreieck Viereck Kreis so dann haben wir hier schwarz gelb weiß und hellgrün so hier können wir alles gelb machen ach ne ok ganz oben ist hellgrün mal so weiter klicken weiß blau orange schwarz da hellgrün dann kommt weiß weiß dann gelb ganz zum Schluss schwarz ja weiß blau orange schwarz hellgrün das gelb und jetzt schwarz ja perfekt ok ah da ist ne Kugel die sagen wir mal gleich ein so und wie ist jetzt hier die Reihenfolge ah ja ich sehe es schon Kreis nach rechts Kreuz nach links Viereck nach rechts und Dreieck nach links und Glühbirne leuchtet jawohl die Lichterkette am Baum auch Wahnsinn der Strom ist wieder da ich habe gehört du suchst nach Kugeln hier nimm diese bitte als Danke für deine Hilfe an sehr schön nehmen wir doch vielen vielen Dank zwei jetzt bauen wir nur noch drei so was haben wir denn hier noch hier unten ist noch ein Kügelchen da ist noch eins drin versteckt hier ist noch eine Schatztruhe nehmen wir mal auf ach jetzt fällt mir ein wir haben auf unserer Startinsel ja noch das eine Foto da liegen das können wir denn auch noch holen mal gucken ob wir das in diesem Video noch schaffen darf ich nicht vergessen weil ich das nämlich hier sehe was wir natürlich gleich einsammeln werden ui Hochzeitsfoto sie dürfen die Braut jetzt auf den Mund küssen ja zwei haben wir denn genau ich muss irgendwie nach Hause kommen ja das glaube ich dir das ist noch ein Kügelchen wusch scheint das hier zu sein hier ist wieder irgendein Symbol drauf naja vielleicht brauchen wir das später ein Springbrunnen nicht aktivieren können da ist ein Wassertropfen drauf nix machen mit hm das hat irgendwas noch auf sich hier entweder müssen wir das aufmachen nachher oder was mal gucken so das haben wir erledigt hier ist Strom drauf hier ist wieder ein Springbrunnen und ganz viele Häschen ganz viele Häschen oh ja die können wir anstupsen dann laufen sie weg ah hier sind doch bestimmt Kugeln versteckt in dem hohen Gras ja doch nicht ja die können wir auch nix machen hier sind nochmal Türen da Kugeln drin ja sehr gut ein Gewächshaus war doch auch irgendwas ja da ist eine Schatztruhe da sind Kugeln drin oh Relikte Fragmente ja Relikte und da ist auch noch eine sehr gut ach nein das wollte ich gar nicht wir können glaube ich guck mal wie war die Karten an sich denn nochmal nein jetzt habe ich wieder ausgemacht so die Draufsicht da können wir nämlich sehen wo noch Kügelchen versteckt sind das ist viel einfacher nur weiß ich nicht mehr wie das ging nee nee das weiß ich jetzt nicht mehr ok hm müssen so erstmal zurechtkommen drücken wir mal rauf hier sehen wir nämlich wie viel wir schon haben oh ja über die Hälfte fehlt noch oh ganz viele Schafe ja ich sehe schon hier brauchen wir einen Schlüssel einen roten Schlüssel haben wir auch noch nicht wir haben nur einen gelben hier liegt aber eine Sternkarte ach ja genau die brauchen wir ja yes die brauchen wir genau dann können wir nämlich gucken von oben wo überall noch was ist jo also die Schafe können wir noch nicht machen da ist noch eine Kugel hinter dem Pils ne unter dem Pils da da so wir können mal Karte gucken oh da sind drei Stück vier ja da gehen wir mal schnell hin hier ist auch unser Portal ja war zu weit ne ich bin zu weit ach hier sollen die doch sein ne nochmal wo sind wir jetzt wir sind hier und dann links davon also hier bei den Pilsen oh ach das hat irgendwas zu bedeuten in der Kombination wahrscheinlich nicht so der bleibt okay hat X funktioniert nein ah der bleibt der bleibt auch nein also der der und der auch falsch der 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 muss das der sein ja nimm mal den klein oh sehr gut sesam öffne dich hm was ist das ein kugelchen ein geheimversteck und auf dem seerosenblatt da unter gemerkt da ist auch noch eins sehr gut sehr gut gucken wir mal auf unsere karte genau die sind jetzt weg da ist noch eins da ist auch noch eins da ok ok holen wir erstmal das da unten was bei dem holzstamm ist und dann gehen wir hier hoch das muss ja hier sein und dann wahrscheinlich hier drin ja versteckt sich dort drin oh ja wir haben ja auch noch mal irgendwas farbiges und ein paar türchen die wir noch öffnen können aber nichts drin aber das hat irgendwas zu bedeuten oder ne die können wir aber nicht antippen komische farben gelb lila grün ja da oben drauf genau hier ist noch hier muss noch was sein irgendwo hier zwischen den bäumen ja die öffnet sich ach ne doch was macht der da denn ist der lebensmüde hier schön an so einem Bienennest ja hau mal dagegen oh nein jetzt haben wir das auch noch gemacht nein ja spreng jetzt Wasser genau das wollten wir nicht was macht der jetzt ja geil ja sehr gut so nu ah das ist ein Labyrinth okay also wir müssen den Weg für das Wasser ebnen so das war lustig lass dich nicht stechen das ist doof jetzt fließt das in die Mitte oder können wir die auch verschieben wahrscheinlich nicht ne dann war das guck mal dann müssen wir in die andere Richtung gehen so vielleicht den drehen wir so den ne der muss hoch der muss so rum der so der so jetzt müsste es gehen jawoll und eine große Kugel oh was ist das Tarantula Gott ist ja auch eine Kugel für uns die rastet ja völlig aus nein lass den Baum ah okay nächstes nächstes Rätsel äh ja genau schnell leite das Wasser hierher und schocke die Kreatur einen Stromschlag verpassen oder was okay ne das ne das können wir den hier umlegen ach ne die dunklen können wir nicht bewegen das ist doof ne das ist doof ich glaube wieder andersrum probieren wir es mal aus so dann da ran dann leiten wir den dort weiter ne das geht auch nicht äh das geht so nicht das geht so nicht versuche ich mal ein komplizierteren Weg vielleicht geht der ja ja so hat er strom schlug tot du hast es geschafft du bist die fürchterliche Kreatur los geworden jippie juhu unser Held boi wir haben die ja geröstet und die nächste große Kugel die nächste große Kugel vier Stück haben wir eine noch so eine noch aber die eine die kriegen wir ja hier wenn wir alle alle Kleinkugeln gesammelt haben da gucke ich mal wie viele wir schon haben wo waren das jetzt da waren die Schafe da kommen wir nur im Schlüssel ran da ist es da ist das Brett mal gucken was er sagt ja uns fehlen noch eins zwei drei vier fünf sechs Stück so dann nehmen wir mal wieder unsere Karte zur Hand sechs Stück ja beim Gewächshaus Dom am Stein okay Gewächshaus dann sind wir ja hier schon beim Gewächshaus ich sehe nichts da muss ich nochmal gucken ach davor hier in dem Baum oder was sehe ich aber nichts hier soll was sein guck nochmal nee da bin ich doch zu weit da gibt es hier mehr davon es gibt noch ein Gewächshaus also die beiden Steine davor dreh dich dreh dich ah der meint bestimmt den Baumstumpf hier der hier vorne ist ne da kann man nichts machen kann man die Pilze wieder reindrücken hier kann man reingucken aber hier ist nichts drin oder muss der Hase da rein hobbeln vielleicht müssen die Hasen in ihren Bau rein ne ne die haben immer den selben Laufweg ne oder doch jetzt jawoll ach müssen alle rein wahrscheinlich na komm der läuft zum Wasser und der hilft rein so jetzt machen wir den und weg mit dir und der hinterher oh jetzt sehe ich den gar nicht mehr doch da ist er er müssen schneller sein sonst laufen die in ihrer Position wieder zurück ja jetzt müsste es geklappt haben jawoll oh gleich drei Stück das ist gut so schnell an unsere Tafel hier wollte ich schon sagen an unten auf unsere Karte gucken ah ne hier haben wir alles da unter der Seerose ist noch eine ok war das die? ne ne war das vielleicht die? die war das ok vier eine eine müsste noch fehlen eine Kugel müsste noch fehlen da da ist sie ok da ist sie die müssen muss hier drauf sein bei denen hier ne bei den Bäumen also haben die doch irgendwas hier auf sich aber die kann ich nicht drehen oder muss ich die an anstupsen ja das ist hier aber ist der Wasserfall? ich bin ein zu weit sehe ich gerade ich bin ein zu weit müssen hier hin ne hier muss das sein da da war sie doch da unten da unten versteckt sie sich juu jetzt haben wir alle jetzt haben wir alle nein einer fehlt einer fehlt wo versteckst du dich wo versteckst du dich da unter dem Seerosenblatt nein da ja wir haben alle juhu ui ich wusste es das haben wir doch schon mal gesehen die müssen wir wahrscheinlich in der jeweiligen Richtung ausrichten ok gelb gelb muss nach rechts so lila oder ja ist das Mangenta muss so hin und grün muss weg zeigen oder so yes wir haben alle sehr schön insel geschafft portal ist offen und wir können durchreisen wir machen an dieser stelle erst mal schluss vielen vielen dank fürs zuschauen wenn euch das video gefallen hat dann lasst doch gerne einen daumen da und wenn ihr keines meiner videos mehr verpassen wollt dann abonniert doch diesen kanal bis dahin bis bald macht's gut ciao ciao